So, schönen guten Nachmittag, herzlich willkommen zur Programmiervorlesung. Was wir das letzte Mal gesehen hatten, kurze Erinnerung, war ein ganz einfaches Programm. Wir hatten gesehen, ein Programm, was Zahlen aufaddiert. Wir hatten auch gelernt, vielleicht für einige doch ganz erhellend, wenn man erstmal über die Mathematik sich Gedanken macht, merkt man, dass man das Programm signifikant vereinfachen kann. Wir hatten diese gaussische Summenformel angewandt. Sie haben gesehen, man muss ein Programm erstmal kompilieren, dann ausführen. Das hatten wir uns angeschaut. Wir hatten uns auch ein bisschen die Hintergründe angeschaut dazu. Und tatsächlich hatten wir auch schon die ersten Objekte und Klassen gesehen. Und das ist natürlich, klar, der Einstieg in eine objektorientierte Programmiersprache wie Java. Wir haben gesehen, diese Klassen haben zwei Prinzip Eigenschaften. Einmal Attribute, das sind Variablen, da reden wir heute noch längere Zeit drüber. Und sie haben Codeschnipsel, den sogenannten Methoden. Das sind Dinge, die man ausführen kann und die auf diesen Variablen, auf diesen Daten arbeiten. Und sie hatten gesehen, wie man eine Klasse deklariert. Das war unsere Vector2D-Klasse für das Billiardspiel. Und wir hatten da auch einige Objekte von erzeugt. Verschiedene Billiardkugeln zum Beispiel. Wenn man den Stoff der Vorlesung jetzt im Überblick sich anschaut, dann sehen Sie ein Diagramm. Das ist das, wo wir heute drüber reden, über Datentypen. Was sind primitive Datentype? Was sind deren Wertebereiche? Wir werden auch kurz über Klassen sprechen und nochmal, wie man die erzeugt. Also die sogenannten Instanzen von der Klasse. Das sind die Objekte. Aber das Ganze hängt natürlich auch zusammen mit weiteren Inhalten der Vorlesung, die dann später kommen. Wie baut man ganze Systeme auf? Was sind also jetzt erweiterte Datentypen, zusammengesetzte Datentypen, Arrays, Listen? Wie baut man sinnvoll Klassenhierarchien auf? Und was gibt es hier noch für weitere Elemente wie Schnittstellen oder generische Klassen? Das kommt aber alles später im Verlauf der Vorlesung. Und dann werden wir natürlich auch noch mal etwas über Methodik sprechen. Banale Dinge wie Ein- und Ausgabe. Aber auch, wie gehe ich vor, zum Beispiel um Fehler zu finden? Wie baue ich Testfälle auf? Was gibt es für Coding-Conventions? Das kommt immer so nebenbei mit. Und was sind allgemeine auch Best Practices? Also guter Stil beim Programmieren. Dinge, die man machen sollte, Dinge, die man vermeiden sollte. Das wird auch kontinuierlich in der ganzen Vorlesungsserie Inhalt sein. Heute geht es darum, dass wir uns sogenannte Datentypen in Variablen anschauen. Und zwar die, die schon mal fest eingebaut sind in Java. Und Sie wissen also nachher, was diese Datentypen sind und auch, was sind die Operationen, die man auf diesen Datentypen anwenden kann. Sprich, mit denen dann man mit diesen Datentypen neue Dinge berechnen kann. Und wir sprechen dann über, wenn man so will, die Instanzen von den Typen. Das sind die sogenannten Variablen. Das sind im Prinzip Namen für Speicherbereiche. Und wir haben Werte. Das können Sie durch eine Zuweisung verändern, den Wert. Und Sie wissen nachher auch, was jetzt Objektvariablen sind und was eine Objektreferenz ist. So. Es gibt diesen alten Witz. Programmieren ist so ein bisschen wie Schriftstellerei. Man denkt sich erst ein paar Typen aus und muss nachher damit klarkommen. Und genauso ist es im Prinzip auch. Sie können auch nachher selber Typen definieren. Damit man aber überhaupt erstmal einen Startpunkt hat, um eigene Typen zu definieren, gibt es eben schon mal fest eingebaute in der Programmiersprache. Und die kommen heute als erstes mal dran. Erstmal abstrakt gesprochen. Was ist so ein Typ? Sie können sich einen Typ eigentlich erstmal vorstellen als eine Menge möglicher, sogenannter gleichartiger Werte. Was ist mit gleichartig gemeint? Mit gleichartig ist gemeint, dass Sie zum Beispiel sagen, den Typ der ganzzahligen Zahlen ist eine Menge der ganzzahligen Zahlen. 1, 2, 3, 4, 5. Aber da ist nicht 1, 2, 3, a, b, 7, 5, 3, pi drin. Das wäre nicht gleichartig. Sondern das ist dann, wenn, dann eben zum Beispiel die ganzen Zahlen oder Buchstaben. Aber eben, das ist mit gleichartig gemeint. Nicht Dinge ineinander nochmal gemischt. Diese Datentypen legen letzten Endes fest, welche möglichen Werte kann eine Instanz von dem Datentyp, die Variable, haben. Das ist dann einer dieser Werte aus dieser Menge von Werten. Und Sie ahnen es, der Computer ist endlich groß. Das heißt, diese ganzen Wertebereiche sind auch immer nur endlich. Unendlich. Das heißt, wenn wir sagen, wir sprechen von einem Typ der ganzzahligen Zahlen, dann ist das eigentlich leider nur eine sehr schlechte Approximation. Die ist nämlich bei uns im Computer abgeschnitten. Das sind natürlich nicht unendlich viele. Das geht nicht. Dasselbe gilt auch, wenn wir über Gleitkommazahlen sprechen. Da werden wir noch eine längere Zeit heute noch drüber sprechen. Auch da werden Sie sehen, das ist nur eine sehr grobe Approximation der reellen Zahlen. Aber auch wie die reellen Zahlen, ist ja noch schlimmer als die natürlichen Zahlen. Überabteilbar und endlich kriegen wir natürlich gar nicht in den Computer rein. Brauchen wir also auch nur eine Approximation. Diese Datentypen haben eine Reihe von Vorteilen. Es gibt immer noch Programmiersprachen, die haben keine Datentypen. Aber wenn man Datentypen hat, hat man zum einen den Vorteil, dass bestimmte Fehlerarten schon automatisch vom Compiler, also beim Übersetzen des Programmes, identifiziert werden können und ihnen zurückgemeldet werden können. Jetzt können Sie sagen, ein Fehler ist schlimm genug. Was ist jetzt der Unterschied, ob der Compiler mir das zurückliefert oder nachher im Betrieb das zurückkommt? Naja, der Unterschied ist relativ gravierend. Erstens, weil der Compiler entdeckt alle Datentypenfehler, egal, wie das Programm nachher ausgeführt wird. Das heißt, Sie haben nachher eine Garantie, wenn es durch den Compiler läuft, dass Datentypenfehler nicht mehr drin sind. Wohingegen, wenn das Programm später ausgeführt würde, kann es ja nur sein, dass der Fehler gerade nicht aufgetreten ist, weil man die Stelle im Programm nicht verwendet hat, aber der Fehler ist trotzdem noch drin. Das andere ist, wenn Sie das Programm als Entwickler kompilieren und eine Rückmeldung über die Fehler bekommen, können Sie den Fehler auch versuchen zu finden und zu korrigieren. Wenn der Fehler im Betrieb auftaucht, können die Auswirkungen natürlich deutlich schlimmer sein. Und für Sie ist es natürlich auch deutlich schwieriger, den Fehler dann zu identifizieren und rauszufinden. Möglicherweise ist der Originalentwickler gar nicht mehr da und andere müssen den Fehler finden. Auch schwieriger. Das heißt natürlich, je früher man einen Fehler findet, desto besser. Und dass der Compiler einem Rückmeldung über Fehler gibt, auch eine super Sache. Das andere, das ist ein Argument, was mittlerweile nicht mehr ganz so stimmt, aber zumindest mal früher stimmte, ist, es hilft auch dem Compiler, guten Code zu generieren, wenn er weiß, was die Typen sind. Das stimmt deswegen nicht mehr ganz. Für die Fortgeschrittenen, quasi so ein Einstein-Kommentar, weil moderne Programmiersprachen können auch die Typen inferieren, selber logisch schließen aus dem Programmtext, ohne dass sie explizit mal deklariert wurden. Das heißt also mit anderen Worten, der Vorteil ist letztendlich mittlerweile nicht mehr da. So. Nichtsdestotrotz, die Datentypen bestimmen auch, welche Operationen auf den Werten möglich sind. Das leuchtet Ihnen relativ schnell ein. Sie können zum Beispiel auf Zahlen addieren. Sie können Zahlen auf größer gleich vergleichen. Sie können aber zum Beispiel Zeichenketten nicht so leicht ohne eine weitere Definition auf größer oder gleich vergleichen. Das geht halt einfach nicht für diesen Typ der Zeichenkette. In Java habe ich erstmal acht elementare Datentypen. Elementar kann man dadurch übersetzen. Die sind nicht zusammengesetzt weiter und die sind quasi eingebaut in die Sprache. Das sind eine Approximation der ganzen Zahlen, der Fließkommazahlen. Das sind Wahrheitswerte, wahr und falsch und Zeichen und Zeichenketten. Aber, vielleicht erinnern Sie sich noch an die letzte Vorlesung, da hatte ich ja auch gesagt, Sie instanziieren von einer Klasse ein Objekt. Und genau das macht auch Sinn. Genauso wie Sie es von einem Typ eine Variable instanziieren, ist es tatsächlich so, jede Klasse bildet auch einen Typ. Und zwar, wenn der Typ überlegt, was ist das Typ? Das ist eine Menge von Werten. Im Prinzip ist dann die Klasse als Typ die Menge der möglichen Objekte mit ihren möglichen Attributwertbelegungen, ihren Attributbelegungen, bildet quasi den Typ einer Klasse. So. Schauen wir uns mal diese Datentypen in Java an. Das sind jetzt auch die Wörter, wie sie in der Java-Programmiersprache verwendet werden, um diese Typen zu beschreiben. Boolean, nach einem Engländer George Boole benannt. Wichtig, das Boole mit E am Ende. Das sind Wahrheitswerte, wahr und falsch. Wie wir damit rechnen können, sehen wir später noch. Dann Char-Character steht für 16-Bit-Unicode-Zeichen in Java. Für die C++-C-Programmiers ist die Welt noch ein bisschen anders. Und Unicode-Zeichen, für die, die das Wort Unicode nicht kennen, das ist nicht schlimm. Unicode ist im Prinzip, wenn Sie sich das vorstellen, eine große Tabelle, wo drin steht, wie ein darstellbares Zeichen als Zahl repräsentiert wird. Und zum Beispiel alle Buchstaben sind da drin, aber jede Menge auch Sonderzeichen, Dinge, die nicht auch klassischerweise im lateinischen Alphabet drin sind. Und diese Tabelle gibt für alles einen Zahlenwert an. Man kann aber auch jetzt hier durch diese einfachen Apostrophs sagen, also das soll eine Buchstabe A sein, oder das soll ein Carriage-Return sein, also ein Zeilenumbruch, oder das soll das Zeichen sein, dass den Hexadezimalwert 0,5, 0, D hat. Und das Backslash-U heißt, jetzt kommt ein Hexadezimalwert, also ein Wert im Zahlensystem der 16er-Basis. Despite ist eine 8-Bit-Ganzzahl, Short ist eine 16-Bit-Ganzzahl, Int ist eine 32-Bit-Ganzzahl und Long ist eine 64-Bit-Ganzzahl. Ich mache gerade eine kleine Frage an Sie. Wer hat schon mal CC++ programmiert? Genau, das sind ja doch einige, so ein Drittel würde ich mal abschätzen jetzt. Die kennen natürlich diese Wörter, ja, Byte, Short, Int, Long, aber Character, sorry, Character. Nur, ihr werdet es merken, hier in Java ist es fest definiert, dass zum Beispiel ein Short schon 16-Bit sind und ein Int 32-Bit und ein Long 64-Bit. In C ist das von der Plattform abhängig, ja, das ist nicht fest definiert. In C, aber wie gesagt, hier in Java ist es Plattform unabhängiger, es ist fest definiert. In C gibt es durchaus auch Systeme, wo ein Short 8-Bit sind. Das erschwert natürlich die Portabilität der Programme von einer Plattform auf die anderen. Aber hier in Java ist das alles fest definiert. So, und dann gibt es noch Float, das steht für Kleidkommazahl, Fließkommazahl, daher dieses Wort Float. Wie gesagt, man kann sich in erster Näherung natürlich erstmal vorstellen, das ist sowas wie Kommazahlen, rationale Zahlen, reelle Zahlen. Stimmt aber nicht ganz, werden wir uns gleich noch im Detail anschauen. Das ist eine sehr grobe Approximation der Sache. Und Double ist quasi das Stabby wie Float, nur mit doppelter Genauigkeit. Deswegen Double für doppelte Genauigkeit, Kleidkommazahlen. So, die, wie ich sagte, jeder Typ gibt letzten Endes eine Menge vor, eine Menge von möglichen Werten. Und diese Wertebereiche sind so definiert. Beim Charakter ist das 0, und zwar der Zahlenwert 0, der kleinste Wert, und der Zahlenwert FF, FF, also viermal das F für Hexadezimal, das ist der höchste Wert, der angegeben werden kann. Bei Byte, das sind jetzt Ganzzahlen. Genau, jetzt werden Sie sich fragen, wie komme ich jetzt auf den Charakter, auf das Zeichen? Dafür braucht man die Unicode-Tabelle, die quasi diesen Zahlenwert umwendet in ein Zeichen. Wenn Sie sich jetzt wundern, warum stehen jetzt hier vier Zeichen und nochmal Backslash U? Das heißt, wie gesagt, Hexadezimalwert von FFFF. Und das ist, wie gesagt, eine Zahl. Genauer gesagt, die hier, 65.535. Und das können Sie in der Unicode-Tabelle nachschauen, welcher Charakter das ist. Bei den Ganzzahlen ist es so, in einem Byte können Sie, das wissen Sie vielleicht auswendig, 256 verschiedene Werte speichern. Wenn man das Ganze mit Vorzeichenbehaftung und einer Null macht, kommt man von minus 128 plus 127. Warum nicht bis plus 128? Naja, weil die Null ja auch noch einen Wert ist, den ich da speichern muss. So, bei Short ist es ähnlich, nur jetzt schon mit zwei Bytes. Und deswegen kommt man dann eben diesen etwas größeren Wertebereich von minus 32.768 bis plus 32.767. Auch wieder eins weniger, weil die Null ja wieder einen eigenen Wert darstellt. Und analog geht es jetzt so weiter mit dem Int. Nochmal jetzt vier Bytes, acht Bytes. Und Sie sehen, Sie können natürlich immer höhere Ganzzahlen speichern, aber es ist endlich, ja. Also irgendwann ist auch Schluss und Sie haben einen Überlauf, das werden wir uns gleich auch mal anschauen. Bei den Gleitkommazahlen ist es ungefähr der Wert, der der höchste ist. Bei Float, 10 mit 38 Nullen ist schon für viele Dinge ausreichend. Und für Double, 10 mit 308 Nullen ist auch ein ziemlich hoher Wert. Aber Achtung, Achtung, das werden wir uns gleich auch anschauen. Die Zahlen bis dahin sind nicht in sehr engen Abständen. Das heißt, wir werden uns das gleich mal anschauen. Das sind quasi Lücken im Zahlenstrahl. Und das macht das Rechner mit Doubles so ein bisschen gefährlich, weil man eben sehr schnell sich Rundungsfehler einhandelt. Die sind nicht nur, nicht besonders genau, die Auflösung ist nicht nur besonders extrem, also fein, sondern es gibt auch wirklich Lücken. Es gibt Zahlen, die können Sie nicht darstellen da drin. Deswegen ist dieser große Zahlenbereich, den Sie hier sehen, klingt erstmal toll. Damit habe ich ja gar keine Sorgen. Trotzdem sollten Sie, wann immer es reicht, vom Zahlenbereich auf die Ganzzahlen umgehen. Also wenn Sie nicht besonders große Zahlen brauchen oder wenn Sie nicht eben mit Kommata rechnen müssen, weil dann können Sie Zahlen genau darstellen. Wie gesagt, hier unten, das sind immer nur Approximationen und hier gibt es große Lücken im Zahlenstrahl, die gar nicht darstellbar sind bis dahin. So, dann würde ich jetzt davon ausgehen, das kennen Sie von der Schule. Ich will es hier nochmal kurz erwähnen. Denn es gibt ja nicht nur die Basis 10, mit denen man rechnen kann. Wir rechnen da als Menschen im Zehnersystem. Der Grund ist übrigens extrem banal. Weiß einer, warum wir Menschen im Zehnersystem rechnen? Ja? Ganz genau. Es ist vollkommen richtig, ich wiederhole es nochmal für alle, weil wir 10 Finger haben. Es ist vollkommen banal. Hätten wir 12 Finger, würden wir wie die Engländer im 12-Wart-System. Na gut, okay. So, es gibt tatsächlich einige Naturstämme, die rechnen mit 20, weil sie doch die 10 dazu nehmen. Aber das ist natürlich klar, in Europa, wo es kälter ist, hat das nicht geklappt. Deswegen haben wir das Zehnersystem. Das hat sich dann auch weltweit durchgesetzt. Es gibt beim Zehnersystem so eine blöde Eigenschaft als Informatiker. Und zwar ist es so, Sie wissen ja vielleicht, intern werden alle Werte im Rechner binär, also mit 0 und 1 gespeichert, was verschiedene Spannungswerte sind. Das werden Sie noch im Laufe des Studiums auch in der technischen Informatik sich genauer anschauen. Jetzt ist es so, wann der Stellenübertrag kommt vom Binärsystem und dem Zehnersystem, das passt nicht zueinander. Sie wissen, Sie brauchen, für einen Bit können Sie die Werte 0 und 1 darstellen. Wenn Sie zwei Bits haben, können Sie die Werte 0, 1, 2, 3, 4. Also 0 bis 3, Entschuldigung, 0 bis 3 darstellen. Für die 4 brauchen Sie eine Stelle wieder mehr. Das ist dann 1, 0, 0. Und dieses Anbauen der Stellen haben wir ja im Zehnersystem auch, vom Übergang von der 9 auf die 10. Nur dummerweise ist da kein Stellenzuwachs im Binärsystem. Und das führt dazu, dass man, wenn man im Zehnersystem mit aller Gewalt rechnen wollte und man jetzt, sage ich mal, für jede Ziffer im Zehnersystem einfach die Binärdarstellung nimmt, man immer ziemlich viel verschenkt an darstellbaren Zahlen, weil man halt im Prinzip schon 4 Bits braucht, um die 10 darzustellen, aber man könnte doch höher gehen, man könnte bis zu 15 gehen, die könnte man auch mit 4 Bits darstellen, wenn man aber immer eine Dezimalzahl als Binärzahl kodiert, einzeln quasi im Zehnersystem, dann würde man halt immer diese letzten Werte, also 10, 11, 12, 13, 14, 15, nie ausnutzen können, weil wir das ja nicht als Ziffer haben im Zehnersystem. Und deswegen macht es auch gar keinen Sinn, im Zehnersystem irgendwie rumzurechnen umzurechnen und das Zehnersystem stellenweise auf Binär umzurechnen. Stattdessen rechnet man dann eben entweder, klar, im Binärsystem, das ist aber für uns Menschen ein bisschen unhandsam, weil da sehr lange 0,1-Ketten rauskommen, damit das leichter wird und man trotzdem aber immer denselben Stellenübergang hat, wie im Binärsystem, hat sich mal das Oktalsystem, ja, ich will nicht sagen durchgesetzt, das wurde mal eingeführt, weil es auch den Vorteil hat, das ist immer den, wenn das Oktalsystem einen Stellenübergang, also eine weitere Stelle dazu nimmt, nimmt auch das Binärsystem eine Stelle dazu oder Hexadezimal, dass man sagt, ich rechne eben im 16er-System, auch hier hat man dieselbe Eigenschaft, ich brauche immer quasi, wenn ich eine weitere Hexadezimalzahl dazunehme, habe ich auch wieder einen Stellenzuwachs im Binärsystem und zwei Hexadezimalziffern sind immer ein Byte, ja, also 0xff, also nicht 4xf, 2xf ist quasi ein Byte, sind 8 Bit und wenn Sie im Prinzip 0xff haben, dann haben Sie halt zwei Bytes, ja, und das ist eigentlich sehr schön, weil das quasi immer zeigt, immer zwei Hexadezimalziffern im System sind immer ein Byte, ja, wenn Sie mehr haben, brauchen Sie entsprechend über das Byte mehr, aber Sie haben keinen Verschnitt da drin, wie wenn Sie ein 10er-System stellenweise umrechnen würden und das ist der Grund, warum dieses Oktal- und Hexadezimalsystem aufgetaucht sind, das ist jetzt nicht, weil Informatiker 16 Finger haben, sondern einfach nur, weil der Stellenübergang eben immer passend auch zum Binärsystem ist, wo ich auch im Binärsystem eine weitere Stelle hinzunehmen muss beim Rechnen und das drückt man so aus, also dieses 0x hat sich so ein bisschen eingebürgert bei Informatikers, damit sagt man, jetzt kommt eine Hexadezimalzahl, das x vielleicht schon Hexa und das ist ein bisschen schwer erkennbar, das hier soll keine 0, sondern ein O sein, das soll, jetzt kommt man in eine Oktalzahl, da das aber immer schlecht lesbar ist, habe ich das jetzt mal hier auch in Rot gemacht, aber das ist natürlich irgendwie schlecht, also da hat man sich dann aber schnell vertan und man sieht den Fehler nicht, aber 0 und O sieht natürlich gerade ähnlich aus. Meine Erfahrung nach, wenn man aber irgendwie was mal wirklich binär eingeben will, dann nimmt man das Hexadezimalsystem, also Oktal habe ich selber auch beim Programmieren eigentlich noch nie verwendet. So, wenn man sich jetzt mal anschaut, jetzt habe ich diese verschiedenen Datentypen, die definieren alle Wertebereiche, die, die wir eben gesehen haben, was kann man jetzt darauf rechnen und wie ich eingangs sagte, die Rechenoperation, die man hat, hängt natürlich ab, welchen Typ ich habe und wenn man jetzt sagt, ich habe erstmal diese Zahlen hier, dann kann ich zum Beispiel plus minus x machen, das ist ein näheres, quasi mal plus 1 oder mal minus 1 multiplizieren, multiplizieren, also binäroperationen, ganzzahlige Divisionen, Modulo-Operation, wer das noch nicht kennt, Modulo-Operation ist quasi der Rest, der bei einer Division, da ist also x modulo y, liest man dieses Prozentzeichen und das ist quasi, wenn ich ganzzahlig x durch y dividiere, der Rest, der dabei rauskommt. Das ist halt 0 oder halt bis y minus 1 als Wert. dann natürlich plus und minus und dann kann ich hier Größenvergleiche anstellen, kleiner, kleiner gleich, größer, größer gleich, da ist das Ergebnis aber natürlich nicht eine Zahl, die C-Programmierer schrecken auf, das ist auch natürlich wieder eine Zahl, stimmt, ja, ja, aber in Java nicht. In Java sind das wirklich Wahrheitswerte, nämlich wahr oder falsch ist das Ergebnis und dasselbe gilt natürlich auch bei dem Vergleich auf Gleichheit, das ist dieses gleich, gleich und Ausrufezeichen gleich. Ausrufezeichen ist der Nicht-Operator, der Not-Operator, das heißt, es steht also nicht gleich und gleich gleich. Für diejenigen, die programmieren, schon ein bisschen kennen und so, die wundern sich an der Stelle gar nicht, für die anderen, die jetzt neu sind, denken, Moment mal, gleich, gleich, warum steht da jetzt gleich, gleich, ist das ein Tippfehler? Und nee, gleich, gleich ist wirklich der Vergleich von zwei Zahlen. Das gleich ist uns in der letzten Vorlesung aufgetaucht, also das einfache Gleichzeichen, das ist die Zuweisung. Das heißt, links soll der Wert, der rechts steht, zugewiesen werden. Sowas wie x ist gleich 5. Das vergleicht nicht, da kommt auch nicht wahr oder falsch raus, sondern das heißt einfach nur, der Wert 5 soll jetzt dieser Variable x zugewiesen werden. Das ist aber was anderes, eine Zuweisung. Hier, das ist wirklich der Vergleich von zwei Sachen. Hat x denselben Wert wie y und deswegen schreibt man hier zweimal gleich hin. Wenn ich einmal gleich hin schreiben würde, hätte nachher garantiert x den Wert von y, weil das eine Zuweisung ist. So, dann gibt es noch Operatoren auf ganzen Zahlen und zwar dieses Tilde hier, diese Schlange auf x, das ist das bitweise Komplement, also man stellt sich quasi die Zahl als Binärzahl vor mit 0 und 1 und invertiert dann, jede 0 wird eine 1 und eine 1 wird eine 0. Braucht man beim Rechnen in den meisten Fällen nicht, wenn man ein bisschen maschinennäher unterwegs ist, brauchen wir das gleich. So, und dann gibt es das bitweise und, das bitweise x or, exklusive oder und das bitweise oder. Da müssen Sie sich wieder beide Zahlen als Bit-Darstellung vorstellen. Wir werden uns das mal nachher auch im Beispiel sehen. Und dann verundert oder verodert man das, also verunden heißt, es kommt eine 1 raus, wenn beide Werte 1 sind an der Stelle und 0 sonst. Und bei oder heißt es im Prinzip, es kommt eine 0 raus, wenn beide Werte 0 sind und ansonsten eine 1 und beim exklusiven oder ist es so ähnlich wie beim oder, nur wenn beide Werte wieder 1 haben, zusammen x or sind wieder ein 0. x or heißt entweder oder, aber es darf nicht beides wahr sein. So, und das sind quasi bitweise Operationen mit diesen einzelnen Zeichen auf den ganzen Zahlen, die ich mir eben bitweise vorstelle. Jetzt gibt es nochmal das hier auch und, 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 oder, oder Zeichen, also Strich Strich hier und das ist eine logische Verknüpfung, das ist etwas anderes. Eine logische Verknüpfung heißt, ich habe zwei Ausdrücke, die einen Buhl'schen Wert, also wahr oder falsch haben können. Jetzt kann ich ein logisches und machen, das heißt also, wenn, wie eben bei den Bits, wenn einer von den beiden den Wert 1 hat, dann ist beim oder eben der Wert auch 1 und beim und ist es so, dass der Wert 1 nur rauskommt, wenn beide wahr sind. Das ist aber eine logische Verknüpfung von zwei Bedingungen, wohingegen das ist, das bitweise Rechnen auf Zahlen. So, und dann gibt es noch, was man, aber auch, sage ich mal, nur in Spezialfällen wirklich braucht und diejenigen, die das nicht sofort jetzt einsehen, wozu das braucht, nur der Vollständigkeit halber. Ich nehme jetzt quasi den Wert von x wieder binär gerechnet und rücke ihn um y-Stellen nach links. Das ist ein so einer Links-Shift und da gibt es noch einen Rechts-Shift, wo die Stellen nach rechts gemacht werden und wenn das Ganze nicht vorzeichenbehaftet ist und das Vorzeichen nicht beachtet werden soll, dann macht man das mit 3. Ist wie gesagt, Infos gibt es im Anhang vom Foliensatz, werde ich jetzt nicht darauf eingehen, braucht man auch im Prinzip sehr, sehr selten, dann guckt man sich das an. Aber nur der Vollständigkeit halber, falls Sie das mal sehen. So, jetzt ist es, so jetzt können wir ja verschachtelte Ausdrücke schreiben, also Variable mit Operatoren verknüpft. Hier haben wir sowas, also x kleiner zweimal y plus 1 und es muss auch gelten, dass nicht x größer gleich y modulo z ist. So, und jetzt, wenn man diesen Ausdruck sieht, denkt man so, Punkt vor Strichrechnung, weiß ich noch aus der Schule, aber wie ist das mit den anderen Operatoren? Sprich, man braucht ja jetzt sogenannte Präzedenzregeln, also Vorrangsregeln auf Deutsch. In welcher Reihenfolge wertet man so einen Ausdruck aus? Und jetzt ist es tatsächlich so, dieser Ausdruck wird, wenn man den vollständig klammern würde, so ausgewertet wertet und dass zum Beispiel zweimal y erstgerechnet mit nann plus 1, das wissen Sie von der Grundschule, Punkt vor Strichrechnung. Aber was Sie eben auch sehen und was vielleicht vorher nicht so klar war, dass dieser Vergleich, der wird erst später gemacht. Also es muss erst dieser Ausdruck ausgerechnet werden und dann kann der Vergleich mit x gemacht werden. Macht auch Sinn, wenn man drüber nachdenkt, weil wenn ich jetzt hier x kleiner 2 auswerte, habe ich hier einen Wert True oder False, den kann ich aber nicht mit y multiplizieren, das geht auch nicht. Und umgedreht auch auf dieser Seite werte ich erst diesen Teil aus y modulo z und der Wert wird dann geschaut, ob er kleiner gleich x ist. Und dann wird das Ganze logisch umgedreht, das hier kommt ja ein wahr oder falsch raus, das wird dann umgedreht, wahr wird zu falsch, falsch wird zu wahr und dann wird es logisch mit und verknüpft mit dem, was hier rauskam. So und hier sieht man jetzt die im Java-Sprachstandard festgelegte Präzedenztabelle, das heißt also, welche Operatoren binden stärker, welche binden schwächer und im Prinzip die niedrigere Präzedenz heißt, die bindet stärker. Das heißt also, dieses plus x minus x, das bezieht sich immer sofort darauf, auf die Variable dahinter, danach kommt Multiplikation, Division und Modulo, dann kommt die Strichrechnung, das passt auch zu dem, was Sie in der Schule gelernt haben, dann erst kommen Vergleiche und dann die logische Negierung ist auch, findet ganz stark hier, wie hier, dann kommt noch das und und oder als letztes, als schwächste. Und das müssen Sie jetzt nicht auswendig lernen, in vielen Fällen erschließt sich das, aber manchmal ist es halt vielleicht nicht klar und wenn zwei Operationen auf derselben Stufe stehen, wie jetzt zum Beispiel Plus und Minus, dann geht man einfach von links nach rechts, so wie man es lesen würde und wertet dann so aus an der Stelle. So, die Wahrheitswerte Boolean, die, wie gesagt, ich denke mal, das kennen Sie wahrscheinlich schon aus der Schule, wenn man jetzt A und B hat, also einmal A den Wert Null, B den Wert auch Null und dann alle vier Kombinationen aufschreibt, dann ist eben A logisch unverknüpft dann nur eins, wenn beide Werte eins sind oder ist halt nur dann Null, wenn beide Werte Null sind und nicht ist genau die Invertierung und X oder das exklusive oder ist halt nur wenn genau einer der Werte hier eins ist, kommt dann hier eine Eins raus und ansonsten Null. Aber wie gesagt, ich denke mal, das ist, das kennen Sie ja. Und wie gesagt, hier ist jetzt Eins Abkürzung für True und Null ist die Abkürzung für False. So, bei den ganzen Zahlen, wie gesagt, Plus gleich mal, Minus, kennen Sie alles. Die Division ist logischerweise ganzzahlig. Warum logischerweise? Naja, Sie könnten ja ein Kommaergebnis nicht speichern in einem Integer. Ein Integer, wie gesagt, eine ganze Zahl, also haben Sie auch eine ganzzahlige Rechnung. Und Modulo, wie gesagt, ist der Rest. Also wenn man zum Beispiel sagt, 17 div 5, ist gleich 3, weil 3 mal eben die 5 reingeht in die 17, bleibt aber noch ein Rest von 2 und das ist das Ergebnis von dem Modulo-Operator. Modulo, wissen Sie, oder haben das schon mal vielleicht gehört, das ist auch so ein bisschen im Informatiker-Jargon drin, wenn man sagt, irgendwie Informatik ist einfach Modulo-LA, dann meint man, damit ist Informatik einfach abgesehen von, bis auf den Rest von linearer Algebra. Also das ist manchmal, also das Modulo hat es, wie gesagt, auch so die Informatiker- Umgangssprache getragen. Über den Unterlauf, das ist jetzt so das Unangenehme, wo das einfache Denkmodell, dass das ja genauso ist wie bei den Zahlen, wie wir es aus der Mathematik kennen, wo leider dieses Denkmodell Brüche bekommt. Und zwar ist es so, das sind ja, wie ich eingangs sagte, alles endliche Wertebereiche. Wenn Sie jetzt eine Rechenoperation machen und damit eine Zahl erreichen, die nicht mehr in dem Wertebereich darstellbar ist, dann gibt es einen sogenannten Über- oder Unterlauf und schauen wir das jetzt mal an. Also ich nehme hier vom Typ Integer diese Werte hier, 2 hoch 9 und 2 hoch 9. Das ist klar, dass es eine positive Zahl geben sollte, nämlich 4 mal 10 hoch 9. Aber es hat eine negative Zahl. Tatsächlich, warum? Weil man im Prinzip einen Wert produziert, der so viele Bits hat, die passen nicht mehr in diesen Wertebereich von Integer rein in diese 4 Bytes und dann wird halt im Prinzip der vordere Teil abgeschnitten, der ist einfach nicht mehr speicherbar. Das, was übrig bleibt, das ist halt irgendein Zeichen, der wird interpretiert wieder als normale Integerzahl und das ist in dem Fall eine, wo auch das Vorzeichen-Bit gesetzt war und deswegen halt hier ein negativer Wert rauskommt, aber es ist klar, mathematisch stimmt es nicht. Beim Programmieren macht es durchaus Sinn, wenn Sie Code hinschreiben, der ganz harmlos aussieht, x plus y, dass Sie sich mal überlegen, ich addiere was, möglicherweise bin ich jetzt außerhalb vom Wertebereich, weil es ist ja klar, wenn ich zwei Zahlen habe, die gerade so am Rande des darstellbaren Bereichs liegen und wenn ich die addiere, ist die Summe außerhalb vom darstellbaren Bereich und wie gesagt, da muss man halt dran denken. Auch analog dazu, wenn Sie von einer Zahl etwas abziehen, die schon die maximal kleinste darstellbare Zahl war, bei Int und dann noch eins abziehen, dann haben Sie einen, ja auch wieder einen Überlauf, wieder, Sie bräuchten mehr Bits als Sie haben, ein Bit wird weggeschmissen, das Höchstwertigste und das, was übrig bleibt, ist dann die Zahl wieder. So, damit das nicht zu schlimm wird mit dieser Über- und Unterlauferei, hat man mal in Java als Standard einfach festgelegt, das ist jetzt nicht logisch, aber es ist nützlich, dass man sagt, immer wenn mit Byte und Short gerechnet wird, also Datentypen, die nur ein oder zwei Byte haben, wo das relativ schnell passieren kann, weil, ich kann das nicht so viel sein, ausdrücken, dann ist das Ergebnis erstmal intern beim Java-Rechner erstmal ein Integer. Wenn Sie das dann wieder einem Short oder einem Byte zuweisen, dann gehen natürlich wieder Bits verloren, Sie erinnern sich, Integer hat mehr Bytes als Byte und Short, aber intern rechnet Java erstmal mit Integer, das heißt, da haben Sie noch keinen Überlauf, wenn Sie das Ergebnis dann auch in einem Integer speichern, wenn Sie das Ergebnis, wie gesagt, wieder mit aller Gewalt in Short reinpressen, dann haben Sie natürlich doch wieder den Überlauf. Wohingegen, wenn Sie mit Integer rechnen, da haben Sie hier schon den Überlauf und müssten das vorher quasi in einen Long-Wert umwandeln, damit Sie nicht den Überlauf haben. So, dann gibt es noch weitere Operationen, Plus, Plus und Minus, Minus, das sind eigentlich nur bequeme Abkürzungen, Plus, Plus heißt, es wird ein Wert addiert, Minus, Minus heißt, es wird, Entschuldigung, wird die Eins abgezogen, also Plus, Plus, Eins dazu, Minus, Minus, Eins weniger davon und die Sache wird nur deswegen ein bisschen komplizierter, weil Sie können das einmal als Präfix und einmal als Postfix anwenden auf eine Variable. Plus, Plus, X heißt, ich rechne erstmal Eins zum X dazu und das Ergebnis dessen ist dann, wenn Sie das als Ausdruck auswerten, X plus 1. Ja, das ist erstmal dazugerechnet. Wenn Sie es als Postfix hinschreiben, X plus, Plus und das Ganze als Ausdruck auswerten, bekommen Sie den Wert von X und danach wird X um 1 erhöht. Wenn Sie das einfach nur so hinschreiben, ohne einen Ausdruck weiter drumherum, also einfach nur hinschreiben, X plus, 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 X minus oder Plus, Plus, X ist das Ergebnis dasselbe, X ist danach um den Wert um 1 erhöht, aber wie gesagt, wenn Sie das Ganze nochmal klammern und in irgendeinen Ausdruck reinpacken, wie gesagt, dann macht es einen Unterschied, weil bei dem einen bekommen Sie den Wert von X, in der Postfix schreibt, in der Präfix bekommen Sie den Wert von X plus 1. Analog, dasselbe gilt für Minus, Minus mit der 1 abziehen. Hier sieht man das nochmal, Y ist gleich Plus, Plus, X, dann bekommen Sie im Prinzip in Y den Wert X plus 1 hin, weil erst wird das Erhöhen gemacht und dann die Zuweisung, wohingegen hier Y ist gleich X plus Plus bekommt Y den Wert von X und danach wird X um 1 erhöht. So, jetzt wird es ein bisschen spannender schon und zwar jetzt kommen wir zum Thema Kleidkommazahlen. So, erst mal, wenn wir entweder eingesehen haben oder mir glauben, ich kann jede Dezimalzahl auch in eine Binärzahl umwandeln, könnte man sagen, gut, dann mache ich das mit den Kleidkommazahlen so, dass ich halt quasi mir das so vorstelle wie zwei Integerzahlen. Eine eben, die vor dem Komma steht und eine, die nach dem Komma steht und jetzt kann ich ja Kommazahlen darstellen. Ja, stimmt auch. Das sind die sogenannten Festkommazahlen. Der Nachteil bei diesen Festkommazahlen ist, dass Sie halt unter Umständen sowas darstellen wollen, wie Eins Komma Periode Eins. Das heißt, einen nicht allzu großen Wert, das heißt, das Byte oder den Integer, den Sie vor dem Komma haben, würde nicht ganz ausgenutzt. Da wären sehr viele Bits Null, weil Sie ja auch Potenzial sehr große Zahlen darstellen wollen, aber die nutzen Sie bei so einer Zahl nicht aus und die Genauigkeit fehlt Ihnen natürlich hinten dran für den Nachkommabereich. Und umgedreht, wenn Sie eine Zahl darstellen wollten, wie, was weiß ich, 200.000 Komma Null, dann sind alle Bits quasi vom Nachkommateil auch wieder Null und Sie nutzen diese Bits nicht aus, um den Wert Formkomma darzustellen. Gut, bei 200.000 klappt das noch mit dem Integer, aber mit einem größeren Wert hätten nicht. Das heißt, man ist so ein bisschen unflexibel, wenn ich diese Festkommazahlen nehme. Ich muss sehr viel Bits reservieren, einmal für die Genauigkeit im Nachkommabereich, auf der anderen Seite aber auch für die absolute Größe der Zahl. Und da ich nicht unbedingt immer beides gleichzeitig brauche für eine Zahlenrepräsentation, hat man sich mal überlegt und hat gesagt, wir machen jetzt eigentlich das flexibel. Das sind die sogenannten Kleidkommazahlen. Bei den Kleidkommazahlen hat man, ja, man kann sich das wirklich vorstellen, ein kleidendes Komma, das ist nicht mehr an einer festen Stelle und im Prinzip ist dieser IEEE-Standard, den ich Ihnen jetzt zeige, dieser IEEE-754-Standard, der Standard, der mal festgelegt wurde, wie kodiert man Kleidkommazahlen und das ist auch der gängige Standard, wie er auch in den Programmiersprachen C, Java, C++ und so weiter verwendet wird. Es ist nicht die schlauste Art und Weise, es zu machen. Es gibt Wissenschaftler, die intelligentere Methoden vorgeschlagen haben, die auch viele der Nachteile nicht haben, die wir hier gleich sehen werden. Es ist aber auch nicht der allerdümmste Standard. Und zwar beruht das Ganze auf der Idee, dass man sagt, ich kann eigentlich jede Kommazahl immer umschreiben in jede Kommazahl X in entweder, es ist eine negative Zahl oder eine positive Zahl, das wird ausgedrückt mit minus 1 hoch Vorzeichen. Ja, wenn Vorzeichen 1 ist, habe ich hier minus 1 hoch 1, also minus 1. Wenn das Vorzeichen mit 0 ist, habe ich minus 1 hoch 0, was per Definition 1 ist, also positive Zahl. Dann eine Mantisse, das ist das große M und dann 2 hoch einen Exponenten. Und ich kann jede Zahl quasi umschreiben in dieses Format einer Mantisse und eines Exponenten. Schauen wir uns das mal ein Beispiel an. Wenn ich die Zahl minus 2,5 habe, ist das einmal minus 1 hoch 1, also das Vorzeichen ist auf 1, also das Vorzeichen Bit ist gesetzt. Und dann 5 mal 2 hoch minus 1. Wir wissen, 2 hoch minus 1 ist dasselbe wie 1 durch 2. Das heißt, wir haben 5 mal 0,5, also 2,5 mal minus 1 minus 2,5. Wir haben aber jetzt eben die minus 2,5 dargestellt in dieser Schreibweise eben minus 1 hoch Vorzeichen mal Mantisse mal 2 hoch Exponent. Im Prinzip können Sie das natürlich auch mit einer anderen Basis als 2 machen, aber Sie ahnen, dass natürlich 2 Binärkodierung ist das, was natürlich nachher im Computer funktioniert. Und deswegen hat man das ja auch hier mal so festgelegt. Auf die Art und Weise Sie kennen das vielleicht von Taschenrechnern macht man das nur mit der Zehnerpotenz, weil das für uns Menschen geläufiger ist, dass man eben eine Zahl manchmal auch darstellt 6,0 2,2 e 23. Das heißt dann, das kennen Sie vielleicht vom Taschenrechner, wenn Sie das jemals hatten, wie gesagt, 6,0 2,2 mal 10 hoch 23. Wir haben, wie gesagt, dieselbe Idee, nur binär ausgedrückt bis jetzt und endes hier fürs Zweiersystem. So, soweit, so gut. Es gibt jetzt besondere Werte dabei. Wie die kodiert werden, wir sehen mal gleich. Das einmal ist N-A-N, not a number und dann gibt es noch positiv und endlich und negativ und endlich. Das sind quasi speziell kodierte Werte, mit denen kann man nicht rechnen. Das sind keine Zahlen, aber es sind Werte, die in diesem Integer Float und auch Double vorgesehen sind. Mathematische Operationen werden gerundet, aber das heißt, es wird über den nächsten Wert gesucht, der irgendwo darstellbar ist und Sie haben also auch für die höherwertigen mathematischen Operationen Sinus, Cosinus, Quadratwurzel und so weiter eine Klasse Math in Java schon fest vorgegeben, die ist auch schon implementiert, die Ihnen sowas bereitstellt. Also das müssen Sie im Prinzip nicht von Hand alles neu machen. Es ist tatsächlich die Gleichheit mit diesem Gleichgleich, Ungleich, also Ausrufezeichen Gleich auch definiert auf Gleitkommazahlen, wie wir sie kannten von den Ganzzahlen, aber Achtung, wegen der Rundungsfehler ist das in der Regel nicht sinnvoll nutzbar. Das heißt, im Default sollten Sie auch, wenn man das hinschreiben darf in Java, nicht eben hinschreiben x gleich gleich y, sondern Sie sollten im Prinzip den Betrag von der Differenz nehmen und einfach sich selber Schwellwert festlegen für Ihre Anwendung, wo man sagt, wenn der kleiner ist als 10 hoch minus 8, dann bin ich bereit zu sagen, ja, die sind gleich, weil offenbar nur ein kleines y, quasi eine kleine Differenz besteht. Das macht man deswegen, weil eben immer gerundet wird und dabei entstehen Rundungsfehler und das heißt, selbst wenn zwei Werte eigentlich gleich sein sollten von der mathematischen Operation her, aufgrund der Rundungsfehler sind Sie es vielleicht nicht, aber trotzdem sollte im Programmfluss so getan werden, als ob sie gleich seien und deswegen, wie gesagt, schaut man sich eben die Differenz und davon den Absolutbetrag an und sagt halt, das muss kleiner sein als ein Epsilon, was ich vorgebe und wie groß das jetzt ist, ob das immer 10 hoch minus 8 sein muss, das hängt natürlich von Ihrer Anwendung ab, wie fein Sie quasi auflösen möchten für Gleichheit. und das Analog gilt ist natürlich dann auch für das Ungleich entsprechend. So, jetzt kommen wir zu einer Einstein-Folie, die aber im Wesentlichen das Gleiche nochmal sagt wie eben. Wenn ich 32-Bit-Zahlen habe, habe ich ein Bit-Vorzeichen, 8-Bit-Exponent und die restlichen Bits, 23 Bits, sind in der Mantisse. In der Double Precision mit 64 Bit ist es mal so festgelegt worden, dass man sagt, ein Bit-Vorzeichen wieder, 11-Bit-Exponent, 32-Bit-Mantisse. Und das Ganze rechnet sich, wie ich das eben auch gesagt habe, Vorzeichen-Bit mal Mantisse mal Basis-Hoch-Exponent und die Basis ist halt immer 2, naheliegenderweise, weil ich es ja binär darstellen will. Und jetzt ist es so, man hat eine Konvention festgelegt, indem man sagt, zum Beispiel jetzt, ich könnte ja die Zahl 23 darstellen als 23 mal 10 hoch 1, könnte sie aber auch als 2,3 mal 10 darstellen. Das heißt also, jetzt mal Basis 10 für uns leichter zu rechnen, das heißt, ich habe für dieselbe Zahl, für denselben Wert, verschiedene Darstellungen. Das ist natürlich keine gute Idee. Warum ist das keine gute Idee? Aus zwei Gründen. Erstens mal, verschenke ich ja offenbar darstellbare Zahlen. Wenn ich zweimal dieselbe Zahl auf unterschiedliche, also auf unterschiedliche Weise darstelle, habe ich schon zwei Darstellungen für dieselbe Zahl verbraten, schlecht. Fehlt mir woanders an Auflösung oder an größeren Zahlen, die ich darstelle. Zum anderen ist es auch so, wenn ich Zahlen vergleichen will, aber die sind unterschiedlich kodiert, ich vergleiche die Kodierungen, weiß ich nicht, sind die Zahlen wirklich unterschiedlich oder es ist vielleicht doch dieselbe Zahl. Auch nicht gut. Und deswegen hat man sich überlegt, dass man sagt, ich normalisiere diese Gleitkommadarstellung, das heißt, ich mache den Exponenten so hoch, dass vor dem Komma immer eine Eins steht. Warum keine Zwei? Naja, dann könnten Sie ja nochmal durch Zwei teilen, also den Exponenten. Untertitelung. Untertitelung des ZDF, 2020